Weniger Hoffnung auf billigen Wasserstoff, Miesmuscheln in Mikroplastik und eintätowierte Gesundheitsmonitore. Herzlich willkommen zu Meldungen aus der Forschung, dem Begleitkanal zu unserem Podcast Expedition in die Forschung. In dem Feature-Segment von Expedition in die Forschung besuchen wir ForscherInnen an ihren Arbeitsorten. Also erstmal noch eine Weile digital remote, ihr wisst schon. Neben Hot-Cutting-Edge-Forschungsthemen möchten wir euch auch die Geschichten von ForscherInnen und Forschungsarbeit auf die Endgeräte casten. Das Thema, das wir als erstes featuren, ist noch geheim. Es soll ja spannend bleiben. Ich bin Dennis und das ist mein Co-Moderator Bart. Hallo! Wir kennen uns seit fast 20 Jahren, seit dem Bio-Studium und sind beide promovierte Neurowissenschaftler. Außerdem quatschen wir gerne über Science. Also der Dennis. Dann kommen wir mal zu den Meldungen. Wer uns in den sozialen Netzwerken folgt, at Exped-Forschung, der hat vielleicht schon die Kurzvorstellung zu den Themen gesehen. Dennis postet nämlich ständig kurze Videos über cooles Zeug, das er unter den Pressemitteilungen findet. Die beliebtesten drei der letzten Zeit hat er dann ausgewählt, um sie hier und jetzt etwas näher vorzustellen. Die Meldungen sind also sehr aktuell, aber auch nicht komplett durchrecherchiert. Also macht euch bereit, uns euer Lieblingsthema in die Kommentare zu schreiben oder teilt unsere Posts auf Instagram, Facebook oder Twitter. Eine Methode zum Testen von Fotoelektroden gibt den Hoffnungen auf billigen grünen Wasserstoff einen kleinen Dämpfer, könnte aber die Entwicklung trotzdem beschleunigen. Nachhaltig hergestellter Wasserstoff ist sehr teuer, denn die Herstellung ist um einiges energieintensiver und dessen Transport ist verlustreicher als das Laden von Lithiumbatterien. Er ist aber als Energieträger noch lange nicht aus dem Rennen, weil er dort eingesetzt werden kann, wo Lithiumbatterien nicht anwendbar sind. Zum Beispiel im Hochofen, bei der Stahlherstellung oder als Flugzeugtreibstoff. Oder auf Schiffen. Stimmt. Oder als Ersatz für Dieselloks. Um die Herstellung von Wasserstoff billiger zu machen, bietet sich an, die Wasserstoffspaltung mit Fotoelektroden zu machen, die Licht direkt dazu benutzen, Wasserstoff aus Wasser herauszuspalten. Solche Fotoelektroden kann man aus Metalloxiden herstellen, zum Beispiel aus Hämatit. Das ist Eisenoxid, also Rost. Eine Fotoelektrode aus Rost wäre natürlich super preisgünstig. Nicht ganz unwichtig, Rost verändert sich nicht, wenn es lange im Wasser liegt. Seit über 50 Jahren versucht man also, die Hämatit-Fotoelektroden zu verbessern. Dabei vergleicht man die tatsächlich erreichte Leistung mit einem theoretisch ermittelten Maximalwert. Aber trotz aller Bemühungen kommt man nicht einmal an 50% dieses Maximalwerts heran. Zum Vergleich, Silizium-basierte Elektronen in einer Solarzelle erreichen bis zu 90% ihrer theoretischen Maximalleistung. Was ist hier also los? Das haben sich auch Forschende vom Helmholtz-Zentrum in Berlin, der Ben-Gurion-Universität in Israel und dem Technion auch in Israel gefragt. Sie fanden einen neuen Ansatz, um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Die Forschenden am Technion untersuchten, wie genau die Eigenschaften von Hämatit-Elektroden von der Wellenlänge des Lichts abhingen. Die Forschenden am Helmholtz-Zentrum in Berlin untersuchten dann mit Mikrowellenmessungen, wie beweglich die elektrischen Ladungsträger waren, die durch die Lichteinstrahlung im Hämatit entstehen. Um Wasserstoff zu spalten, sollten diese Ladungen möglichst beweglich sein. Sie fanden heraus, dass nur ein Teil des Lichtspektrums bewegliche Ladungsträger im Hämatit erzeugt. Die restlichen Wellenlängen erzeugten zwar Ladungsträger, diese blieben aber an Ort und Stelle und waren deshalb für die Wasserstofferzeugung nutzlos. Damit ist der theoretische Maximalwert für Hämatit viel niedriger als bisher vermutet und die bereits entwickelten Hämatit-Photoelektroden schon ziemlich nah am Maximum, aber trotzdem noch nicht wirklich gut. Das gibt natürlich der Aussicht auf preisgünstigen Wasserstoff mit Rostelektroden einen Dämpfer. Aber es gibt noch andere Materialien, die in Frage kommen und die die Forschenden mit denselben Methoden untersuchen wollen. Man kann also darauf hoffen, dass dank dieser Methode in Zukunft nicht mehr 50 Jahre lang versucht wird, eine unrealistische Ausbeute zu erreichen. Ist damit die Hoffnung auf billigen Wasserstoff gestorben? Nee, nicht unbedingt. Also wie gesagt, es gibt ja noch andere Materialien, die die Leute jetzt testen wollen, die ganz gute Kandidaten sind. Dazu gehört zum Beispiel Titaniumoxid. Das ist natürlich nicht ganz so günstig wie Eisenoxid. Das ist halt nicht ganz so häufig wie Rost, würde ich jetzt mal annehmen. Aber zumindest die Entwicklungszeit dürfte jetzt sich um einiges reduzieren, wenn man mit diesen Methoden den Maximalwert genauer bestimmen kann im Voraus. Dennis spricht hier was Wichtiges in der Forschung an. Ganz häufig sind Ergebnisse, die erst negativ klingen, im Nachhinein positiv, weil wir neue Methoden entwickelt haben. Und das haben die Forschenden am Helmholtz-Zentrum in Berlin damit eigentlich schon vollbracht, oder? Ja. Wo wir gerade von Wasser sprechen. Wie gefährlich ist eigentlich Mikroplastik für Miesmuschelnwahrt? Da scheint man eine kleine Entwarnung geben zu können. Plastik ist vielseitig einsetzbar, widerstandsfähig, hygienisch und leicht. Deshalb wird es in immer größeren Mengen hergestellt. So wurde 1989 bereits 100 Millionen Tonnen Plastik produziert. 2019 waren es sogar 368 Millionen Tonnen und die Tendenz ist noch immer steig. Dieselben Eigenschaften, die Plastik so nützlich machen, machen es aber auch sehr gefährlich. Es gelangt sehr leicht von unseren Abfallsystemen in die Umwelt, wo es sich dann ewig hält. So sammeln sich immer größere Mengen Plastik an. Große Plastikteile können eine Gefahr für Tiere werden, wenn sie es fressen oder sich darin verheddern. Fotos davon sieht man ja immer wieder. Aber man hört inzwischen auch viel über Mikroplastik. Das sind Plastikteile, die kleiner sind als 5 Millimeter. Die werden entweder direkt hergestellt, zum Beispiel für die Kosmetikindustrie, und ihr findet sie in eurem Shampoo, oder sie entstehen durch das Auseinanderbröseln von größeren Plastikteilen. Auch synthetische Fasern aus unserer Kleidung gehören dazu. Mikroplastik findet sich praktisch überall und besonders im Meer. Wie gefährlich ist das für die Tiere dort? Naja, vermutlich wird es nicht gut sein. Wirklich aussagekräftige Studien gibt es dazu wohl noch nicht viele. Thea Hamm und Mark Lenz vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel haben jetzt einen Beitrag zur Aufklärung geleistet. Sie beanstandeten, dass die von anderen Gruppen veröffentlichten Studien zur Auswirkung von Mikroplastik auf Tiere nur sehr kurze Zeiträume betrachteten. Außerdem seien die Versuchstiere in diesen Studien unrealistisch großen Mengen an Mikroplastik ausgesetzt worden. Das wollten sie anders machen, um ein realistischeres Bild der Situation zu schildern. Für ihre eigenen Studien wählten Thea Hamm und Mark Lenz Miesmuscheln. Miesmuscheln fressen, indem sie Meerwasser einstrudeln und Essbares raussammeln. Das bedeutet, dass kleine Plastikteile zwangsläufig innerhalb der Miesmuschel landen. Für ihr Experiment zog Thea Hamm fast 300 junge Miesmuscheln 42 Wochen lang im Labor auf. Dabei setzte sie dem Wasser Mikroplastik in unterschiedlichen Konzentrationen zu, wie sie auch in der Umwelt zu finden sind. Außerdem achtete sie darauf, dass die Zusammensetzung der Mikroplastikteile in Form und Größe möglichst realistisch war. In regelmäßigen Abständen wurden die Miesmuscheln vermessen, um zu sehen, ob ihr Wachstum irgendwie beeinträchtigt wurde. Erst sehr spät im Versuch, nach etwa 36 Wochen, zeigten sich negative Auswirkungen und diese waren sehr klein. Die heute im Meer zu finden Konzentrationen von Mikroplastik scheinen also nur eine geringe Bedrohung für Miesmuscheln darzustellen. Eine beruhigende Nachricht, sagte auch Thea Hamm. Eine generelle Entwarnung sei das Ergebnis aber nicht. Andere Arten würden vielleicht anders auf die Verschmutzung reagieren. Wenn ihr einen eigenen Beitrag dazu leisten wollt, dass weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt, könnt ihr darauf achten, dass ihr Kosmetika ohne Mikroplastik kauft. Man findet das ganz häufig in sogenannten Peeling-Masken. Auch in Zahnpasta, oder? Ja, da ist es meistens diese Weitzahnpasta, die mit besonders viel Abrieb dafür sorgt, dass eure Zähne leistend weiß werden. Also mit Abrieb, das klingt ja eigentlich total furchtbar. Braucht man seinen Zahnschmerz nicht für irgendwas? Dazu kann ich nichts sagen. Ich bin weder Zahnarzt, noch wie die Oral-B-Frau eine Zahnarztfrau. Gold-Nanopartikel-Tattoos für die medizinische Diagnostik In Zukunft könnten Nanopartikel unter der Haut den Gesundheitszustand von Patientinnen anzeigen. Die ärztliche Behandlung soll ja möglichst personalisiert, also auf die Bedürfnisse der jeweils erkrankten Personen zugeschnitten sein. Aber meistens müssen die Ärztinnen den körperlichen Zustand der Erkrankten mehr oder weniger erraten. Oder sie orientieren sich am üblichen Verlauf einer Krankheit. Denn Erkrankte nehmen Krankheitssymptome natürlich unterschiedlich wahr und tun sich auch schwer, sie gut zu beschreiben. Um ein objektives Bild über den Zustand des Erkrankten zu bekommen, braucht man deshalb oft Blutproben. Deren Ergebnisse lassen aber üblicherweise etwas auf sich warten. Außerdem werden die Erkrankten bei langwierigen Therapien durch regelmäßige Blutabnahmen natürlich zusätzlich belastet. Da wäre es natürlich praktisch, wenn man direkt von der Haut ablesen könnte, wie es um den Zustand des Patienten oder der Erkrankten bestellt ist. Tatsächlich gibt es auch schon einige Ansätze. Dazu benutzt man Indikatorstoffe. Indikatorstoffe kennt ihr aus dem Chemieunterricht. Man hat da so einen kleinen gelben Streifen auf Papier gehabt, den tunkt man in Säure und dann wird der rot. Ist das der berühmte Lackmustest? Keine Ahnung, glaub schon. War nie gut in Chemie. Solche Indikatoren kann man auch speziell für Stoffe herstellen, von denen man weiß, dass sie in unterschiedlichen Phasen eines Krankheitsverlaufs in unterschiedlichen Mengen im Körper vorkommen. Die Färbung des Indikatorstoffes zeigt dann an, was im Körper gerade passiert. Das Problem dabei ist, dass die verwendeten Farbstoffe relativ leicht ausbleichen und vom Körper abgebaut werden. Bisherige Entwicklungen halten also gerade für die langwierigen Behandlungen, für die sie ja gedacht sind, nicht lang genug. Deshalb haben Professor Sönigsen und seine Arbeitsgruppe an der Uni Mainz einen neuen Ansatz ausprobiert. Sie benutzen winzige Partikel, Nanopartikel aus Gold. Die kombinieren sie dann mit bestimmten Molekülen, die als Sensoren für den Stoff funktionieren, dessen Konzentration angezeigt werden soll. Binden die Sensoren auf den Goldpartikeln an den zu detektierenden Stoff, verändert das die Art, wie das Licht von den Goldpartikeln reflektiert und gestreut wird. Sie ändern also ihre Farbe. Damit funktionieren sie als Indikatoren. Besonders praktisch, weil die Farben nicht durch Farbstoffe entstehen, die Licht absorbieren, sondern durch Streuung und Reflexion, können Gold-Nanopartikel nicht ausbleichen. Um zu verhindern, dass die Partikel im Körper wandern oder vom Körper abtransportiert werden, betteten die Forschenden die Goldpartikel in Hydrogel ein. Dieses Implantat, also das Hydrogel mit den Nanopartikeln, wird vom Körpergewebe gut angenommen. Getestet haben die Forschenden das erstmal an haarlosen Ratten. Sie implantierten Gold-Nanopartikel, die ein bestimmtes Antibiotikum anzeigten und injizierten den Ratten dann eben dieses Antibiotikum in unterschiedlichen Konzentrationen. Sie fanden, dass die Implantate über mehrere Monate hinweg gut die Antibiotika-Konzentration anzeigten. Ablesen kann man diese Sensorimplantate übrigens nur mit einem speziellen Messgerät, weil die Farbänderung im Infrarotbereich ist. Man kann also nicht mit bloßem Auge sehen, ob sich die Farbe ändert. Die Forschenden sagen, dass die Methode vielversprechend sei für eine Reihe von Anwendungen, darunter eben auch die personalisierte Medizin. Das vor allem auch, weil man die Gold-Nanopartikel mit ganz unterschiedlichen Sensormolekülen ausstatten kann. Brauche ich dann für jeden Stoff, der wahrgenommen werden soll, ein eigenes Implantat? Ja, genau. Also man muss den Sensor jeweils extra herstellen. Ganz angepasst für den Stoff, den du detektieren möchtest. Eine Anwendung, die mir sofort einfallen würde, wäre die Erkennung von Blutzucker bei Diabetes-Kranken. Oh ja, stimmt. Das wäre eine total super Sache. Weil die Blutzucker-Kranken, das ist einmal eine chronische Erkrankung und die müssen sich ja auch ständig pieksen, um den Blutzuckerspiegel zu messen. Da wäre das natürlich total cool, wenn man das einfach an der Haut ablesen könnte. Also schon wieder eine Methode, die uns bald weiter voranbringen wird. Ähnlich wie bei der Photo-Elektrode für den Wasserstoff. Ja, hoffentlich. Also ich meine, man muss ja immer daran denken, also irgendwo kann dann schon noch immer was passieren oder was Unerwartetes herauskommen, was dann die Methode nicht ganz so erfolgversprechend macht, wie sie jetzt aussehen. Aber ich finde, das sind schon ganz coole Ergebnisse soweit. Das waren also die drei Meldungen für heute. Weniger Hoffnung auf billigen Wasserstoff, Mikroplastik in Miesmuscheln und eintätowierte Gesundheitsmonitore. Wir haben für jede Meldung ein paar Links in der Videobeschreibung, mit denen ihr eure Lieblingsmeldung in den sozialen Netzwerken teilen könnt. Wenn ihr uns taggt, wissen wir gleich, welche Meldung ihr besonders mögt. Wenn euch diese Folge echt gut gefallen hat, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, das der Welt und uns mitzuteilen. Nämlich Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, Glocke drücken, teilen, AdEx mit Forschung. Topt euch aus. Tschö. Tschö. Achso, hier könnt ihr diesen Kanal abonnieren und hier könnt ihr den Podcast-Kanal abonnieren und hier unten gibt es dann nochmal Videos zum Gucken. Tschö. 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 Tschö.